Baby-Boomer stürmen 2024 die Rente. Kommt es zum Zusammenbruch? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 27.06.2024 wieder eine Mail bekommen mit dem Thema Kommt es zu einem Zusammenbruch in der gesetzlichen Rentenversicherung? Schaffen die ihre Arbeit noch? Reicht das Geld überhaupt aus, um die vielen Menschen, die jetzt in Rente gehen, überhaupt noch zu bezahlen? Also die Renten auszuzahlen? Bekommen die 21 oder mehr Millionen Rentnerinnen und Rentner auch noch ihre Renten gezahlt? Und, und, und. Aktuell haben wir ja erfreuliche Zahlen. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner gehen in Rente. Alleine in Hamburg waren es 18.000 Rentenanträge im Jahr 2023. Eine Steigerung gegenüber dem Jahr 2022 von über 1.800. Und das sind natürlich auch bewilligte Rentenanträge. Das heißt also, wir haben hier einen massiven Anstieg an Neuanträgen. Nur alleine in der Stadt Hamburg, in gesamte Deutschland, werden wir uns wohl wahrscheinlich dieses Jahr 2024 auf rund eine Million neue Rentnerinnen und Rentner freuen dürfen. Das ist die Folge der demografischen Entwicklung. Das ist die Folge auch der geburtenstarken Jahrgänge nach 1950. Also, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, was und wie sich die Finanzen der Rentenversicherung entwickeln. Aber die jüngsten Zahlen belegen es, wir haben Rekordeinnahmen bei der Deutschen Rentenversicherung. Es sind schon wieder, es gab schon wieder einen Anstieg in den Beitragseinnahmen der Deutschen Rentenversicherung. Und das ist auch klar, die Deutsche Rentenversicherung lebt ja nicht nur von Beitragseinnahmen, sondern sie hat auch einen Rechtsanspruch gegenüber dem Fiskus auf Übernahme von Beiträgen oder von Leistungen für die Rentenversicherung. Das nennt man Bundeszuschuss, wenn das Geld nicht reicht. Wir wissen natürlich eines, ohne den Bundeszuschuss wäre die Deutsche Rentenversicherung in der heutigen Konstellation schon längst pleite. Aber der Bundeszuschuss deckt sozusagen die Lücken, die im System entstehen, weil nicht alles wird durch Beiträge gedeckt. Und die höchste Masse der Ausgaben, die wir in der Rentenversicherung haben, sind ja die Rentenleistungen für Altersrenten, für Erwerbsminderungsrenten und für Hinterbliebenenrenten. Und dann kommen noch so ein paar andere Rentenleistungen dazu, von denen würde ich gar nicht reden. Aber aktuell sehe ich überhaupt gar keine Gefahr für die gesetzliche Rente. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen wie Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Das würde ich mal nicht unterschreiben wollen, denn wir werden stürmische Jahre vor uns haben. Und das geht dann im Jahr 2025, 2026 los, wenn dann auch schon erstmals der Rentenbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung steigen wird. Aber aktuell sehe ich da keine Gefahr. Ich gehe nicht davon aus, dass die Rentenversicherung pleite geht. Ich freue mich eher auch dafür, für die Menschen, die jetzt genüglich oder genüsslich in den Ruhestand gehen und ihren neuen Lebensabschnitt praktisch dann auch beginnen. Sei es dann mit Arbeit noch dazu oder Sie frönen Ihren Hobbys, Ihrer Familie, Sie machen Freizeit, was auch immer, schreiben Bücher oder hören mal unsere Videos. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie da bitte fleißig dabei bleiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Machen Sie sich bitte nicht unnötig Sorgen.